Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In unserer Abwehrzentrale könnte es ja wohl im Sommer den nächsten kleineren Umbruch geben. Salif Sanés Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist alles andere als sicher. Sein Nachfolger stünde mit Marius Lodo wohl schon bereit. Und Malik Chau ist natürlich durchaus bereit dafür, den nächsten Schritt vielleicht zu gehen. Im Winter gab es schon große Klubs mit Interesse. Ich denke mal, das wird im Sommer wohl gar nicht anders sein. Sprich, die beiden könnten uns verlassen und natürlich ist auch noch nicht ganz sicher, ob man Kohitakura halten kann oder nicht. Und vielleicht auch aufgrund dessen ist Schalke wohl an einer Verpflichtung von Frederik Jekyll interessiert. Das zumindest laut RB Live. Aktuell ist er von RB Leipzig an KV Ostende verliehen. Der 1,94 Meter große zentrale Abwehrspieler Jekyll bringt dort konstante und auch für die Liga überdurchschnittliche Leistungen. Neben immer besseren Zweikampfführungen und reiferem Stellungsspiel hat sich Jekyll auch physisch immens gesteigert. Dreimal wurde er in Spielen zudem auch bereits an einer Geschwindigkeit von über 36 kmh gemessen. Jedoch gibt es neben Schalke noch zahlreiche andere Interessenten. Unter anderem Hamburg, Bremen, Darmstadt, Nürnberg und auch einige Bundesligisten. Generell zu Frederik Jekyll, 20-Jähriger Innenverteidiger, der auch in unserer deutschen U20-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einnimmt. Hat auch schon oder war auch schon im Kader der deutschen U21 im Herbst und ist in der belgischen 1. Liga bei Ostende auf jeden Fall auch gesetzt. Hat von 26 möglichen Spielen 20 gemacht. Generell 75% der Spielminuten. Also macht da wirklich einen guten Entwicklungsschritt. Ist Rechtsfuß und deswegen sehe ich ihn auch schon so ein bisschen vielleicht in der Option, sollte man mal Lecceau abgeben, in ihm da durchaus einen Nachfolger an der Angel zu haben. Generell ist aber einfach nur ein loses Gerücht laut RB Live. Und deswegen gucken wir mal, wie es da in Zukunft weitergeht. Aber Frederik Jekyll ist auf jeden Fall ein interessanter Name. Eure Meinung zum Innenverteidiger? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.